Musik Ja guten Morgen, ich heiße Thomas Will und bin Landrat des Kreises Groß-Gerau. Unser Kreis hat 253.000 Einwohner in 14 Städten und Gemeinden. Bei uns im Kreis Groß-Gerau kann man, wie ich finde, gut leben. Man kann auch gut arbeiten und man wird gut ausgebildet, vor allen Dingen hier bei uns im Landratsamt. Ja und jetzt darf ich übergeben an Andreas, der alles weitere dazu sagen wird. Bitte sehr. Hallo, ich bin Andreas, bin zur Zeit im dritten Ausbildungsjahr zum Verwaltungsfachangestellten. Ich zeige euch heute, wie vielseitig meine Ausbildung ist, aber kommt doch einfach mal mit. Hallo Milena. Hi Andi, komm mal her, ich schaue was für dich. Ich bin die Milena, ich bin zur Zeit an den Fotik eingesetzt. Hier findet ihr die Anlaufstelle für alle Anliegen der Bürger. Egal ob persönlich oder telefonisch, ich leite dann alle an die entsprechenden Abteilungen weiter. Kreis Groß-Gerau, der Witte, guten Tag. Hi, ich bin Gina, seit drei Monaten in der Zulassungsstelle. Hier lerne ich Fahrzeuge an, abzumelden und vieles mehr. Hallo, ich würde gerne mein Auto abmelden. Fahrzeugpapiere dabei? Ja, alles klar. Das Formular füllen Sie mir bitte einmal komplett aus. Oh, Gina hat was zu tun. Dann mal weiter. Ich habe meinen Führerschein, super. Ach übrigens, die Führerscheinstelle ist meine aktuelle Abteilung. Hallo ihr beiden, wie geht's euch? Hallo Andreas, danke, gut. Hi, ich bin Raphael. Wir sind hier für die Sicherheit im Kreis Groß-Gerau zuständig. Das heißt, wir kümmern uns um den Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz. Morgen Raphael, kommst du mit in den Außendienst? Na klar. Hallo, ich bin der Sven. Zurzeit bin ich im Schul- und Gebäudeservice eingesetzt. Hier wird eigentlich alles gemacht von der Ausschreibung der Baumaßnahmen, über die Instandhaltung der Gebäude und natürlich auch die Kontrolle der Baustelle. Hey Sven, kannst du mir vielleicht sagen, wo ich später das Schulsekretariat finde? Das Schulsekretariat, das wird da hinten der Komplexen. Hallo, ich bin die Tanita, Auszubildende zur Kauffrau für Bürokommunikation. Hi Andi. Hi. Hier für dich. Hi, ich bin gerade mit. Alles klar. Zurzeit bin ich im Schulsekretariat der beruflichen Schulen des Kreises Groß-Gerau. Hier bin ich Ansprechpartnerin für Lehrer, Schüler und deren Eltern. Das war ein kleiner Einblick in meine Ausbildung bei der Kreisverwaltung Groß-Gerau. Wie ihr seht, gibt es immer was zu tun und es wird nie langweilig. Kommt in unser Team. Begibt mich jetzt! 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 Bis zum nächsten Mal.